Herzlich willkommen zum Sportler-Talk. Diesmal aus dem Cubester Erfurt in der schönen Stadt Erfurt zu Gast Vera Hohlfeld als Rennradlegende. Mitgebracht heute das Triathlon Thüringen Team, eine kleine Abgesandtschaft und wir wollen uns über anstehende Ereignisse, selbstverständlich über den aktuellen Stand kurz unterhalten und das, was wir noch zusammen vorhaben. Seit wann mannest du als Teammanagerin das Team? Seit drei Jahren. Okay, also wie ich jetzt deine Erfahrung gebracht habe, ihr seid in der zweiten Bundesliga, dort wart ihr im letzten Jahr auf Platz drei, in diesem Jahr auf Platz eins. Ja, momentan sind wir nach einem Rennen auf Platz eins. Nach einem Rennen auf Platz eins. Wir hoffen alle, dass das natürlich so bleibt. Wie groß ist euer Kader aktuell? Ich denke fast um die 15 Athleten momentan, aber genau weiß ich es auch nicht. Genau, mal eine mehr, mal eine weniger. Aber wirklich Hochachtung, wir hatten vorhin schon mal kurz gesprochen, Alterssegmente bunt gemischt und jeder gibt alles. Ja, genau. Unsere jüngsten Sportlerinnen sind 16 Jahre alt, wo man in die Bundesliga bzw. Regionalliga einsteigen kann. Und unsere ältesten Sportlerinnen sind gut beisammen. Sehr gut gesagt, sehr schön. Wie oft trainiert ihr in der Woche? Ja, also unsere, oft ist eine gute Aussage, sag ich mal unsere leistungsorientierten Sportlerinnen jeden Tag und mehrere Einheiten jeden Tag. Okay. Also zwei Einheiten denke ich schon jeden Tag sind drin und wir anderen, sag ich mal, trainieren jeden Tag, schauen wie wir hinkommen mit dem Training. Neben Schule und Beruf und anderen Verpflichtungen. Ganz klar, nicht einfach. Viel Zeit geht da drauf. Muss auch noch vereinbart werden mit vielleicht sonstigen Hobbys, die es wahrscheinlich nicht so geben wird. Und Familie und Beruf sind cool, ne? Ja. Okay, also wir sind Sponsor vom Triathlon-Team und da freuen wir uns natürlich immer wieder sehr drauf. Wir dürfen auch dieses Jahr wieder mit dabei sein und haben ein schönes Sponsoringpaket zusammengestellt, was wir euch heute auch symbolisch überreichen möchten. Und zwar die entsprechenden Helme vom Radfeldstor in verschiedenen Ausführungen für Zeitfahren und für... Kann man ja nur schnell sein, oder? Ja, ja, unbedingt. Mit mir mit dem kriegst du gar nicht mehr treten. Und die entsprechenden Augliebrillen. Dankeschön. Ja, Abushelm und Augliebrillen. Und ich denke, das komplette Repertoire übergeben wir dann ganz in Ruhe. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute dazu kommen, den entsprechenden Sponsorienvertrag nahezu live unterschreiben zu können. Ja. Der wird uns zur Zusammenarbeit für die nächsten zwei Jahre praktisch fundieren. Und Vera, ich würde dich bitten, die erste Unterschrift zu leisten. Und somit sind wir wieder Partner des Triathlon Thüringen Teams. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und wünschen euch natürlich sportlich die besten Erfolge, gesundheitlich sowieso. Und dass ihr nebenbei euer ganzes Privatleben auch noch geschenkt kriegt, ohne Abzüge. Ganz wichtig. Also, viel Erfolg. Vielen Dank. Und wir werden es verfolgen. Danke auch. Danke. 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 Danke.